Wie mache ich mir das Leben mit Cerebralparese leichter? Das Leben mit Cerebralparese birgt eine Reihe spezifischer Herausforderungen, die sich täglich wiederholen. Wenn Sie sich entschlossen haben, das Leben mit Cerebralparese zu erleichtern, müssen Sie sich zunächst Gedanken über Ihre besonderen Herausforderungen machen, da nicht alle Symptome der Cerebralparese gleich sind. Sie können mit der Erforschung Ihrer Art von Cerebralparese beginnen, um zu sehen, was andere mit Cerebralparese tun. Das Teilen Ihrer Situation mit anderen, die an Cerebralparese leiden, ist eine wichtige Möglichkeit, sich weniger allein zu fühlen. Es kann Ihnen helfen, Bekannte zu treffen, die Sie jeden Tag unterstützen und ermutigen können. Wenn Sie sich mit anderen Menschen in Verbindung setzen, die an Cerebralparese leiden, können Sie davon ausgehen, dass Ihnen verschiedene Behandlungen helfen. Da es verschiedene Formen der Cerebralparese gibt, können einige Personen Symptome erwähnen, die Sie nicht haben. Achten Sie besonders auf die Behandlungen, die von Menschen mit ihrer Cerebralparese beschrieben werden, da diese für ihre Situation am besten geeignet sind. Da Cerebralparese eine motorische Erkrankung ist und die Muskelbewegung beeinträchtigt, ist zu erwarten, dass die häufig erwähnte körperliche und berufliche Therapie sowie die Sprachtherapie zu hören sind. Hören Sie den Erfahrungen der Menschen mit Ihren Therapeuten genau zu, damit sie sich weiter bilden können, bevor sie sich zu ihrem eigenen Behandlungsverlauf begeben. Das Leben mit Cerebralparese kann auch mit verschiedenen Medikamenten erleichtert werden. Beachten Sie bei der Einnahme von Medikamenten unbedingt die Nebenwirkungen, die bei Menschen auftreten. Auf diese Weise können Sie etwaige Bedenken mit Ihrem Arzt besprechen. Die Herausforderungen, die durch das Leben mit Cerebralparese entstehen, sind erheblich, aber da es nicht fortschreitend ist, wird sich Ihr Zustand nicht so verschlechtern, wie es andere Zustände, wie die fortschreitende Multiple Sklerose, können. Dies ist ein Vorteil, da Sie sich im Laufe Ihres Lebens auf die Suche nach Medikamenten und Therapien konzentrieren können, ohne Jahr für Jahr mit neuen Komplikationen zu kämpfen. Der Schlüssel liegt darin, darauf zu achten, was für Menschen in Situationen funktioniert, die Ihre eigenen genau widerspiegeln, denn so können Sie logisch und ergebnisorientiert vorgehen, anstatt blind zu experimentieren. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Dialog mit Ihrem Arzt über Ihren Zustand führen, und scheuen Sie sich nicht, Ihre Erfahrungen mit Cerebralparese mit anderen zu teilen.